Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Raft hier auf DandelbeerTV. So, wir steuern gerade eine kleine Insel an. Ich habe schon ein paar Materialien gesammelt und ich war auch schon so frech und habe die beiden Sachen gebaut, die wir aufstellen wollen heute. Und zwar geht es einmal um die Biokraftstoffraffinerie und den Biokraftstofftank. Die Raffinerie braucht Honig, habe ich gesehen. Das heißt, wir müssen unsere Bienen in Gang kriegen. Und da ich das ja irgendwie noch nicht hinbekommen habe und auf die Idee gekommen bin, dass wir eventuell diese Blumen dafür brauchen, habe ich jetzt gesagt, wir steuern hier diese kleine Insel einmal an. Dann kann ich vielleicht noch mal ein bisschen Metall tauchen gleich mit euch. Und dann holen wir uns dort einfach, Ratze, Putz, ein paar Blumen weg. Brauchen ja nicht so viele. Ich würde jetzt hier erstmal zwei Stück einpflanzen. Und solange wir die nicht ernten, sollten die ja auch bleiben. Es sei denn, die Möwen haben da Bock drauf. Dann könnte es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger werden. So, Motor abstellen. Noch ein bisschen weiter gleiten. Und Anker raus. Los geht's. Um die Materialien hier kümmern wir uns gleich. Wie gesagt, erstes Ziel ist erstmal die Insel hier leerräumen. Wir brauchen ein paar von diesen Blumen. Und da sollten auch Samen bei rauskommen. Hat, glaube ich, sogar schon geklappt. Und jetzt erstmal alles mit, was wir hier kriegen können. Habe ich die Axt dabei. Nehme natürlich auch ein paar Planken mit. Dass wir da mal ein bisschen Biokraftstoff herstellen können. Bin gespannt. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich da mal irgendwas gemacht habe in dem Bereich. Deswegen passt sich das ganz gut, dass wir das einfach mal jetzt gemeinsam testen können. So, wir räumen oben drauf mal leer komplett, wie gesagt. Und dann gucken wir gleich noch mal, was in der Unterwasserwelt so los ist. Ist ja nur eine kleine Insel. Da sollte es nicht so viel sein. Aber ich will zumindest die ersten Blumen schon mal angepflanzt haben. Dass die schon mal anfangen können zu wachsen. Während wir hier auf die anderen Sachen warten. So, dann lasst uns mal hochgehen. Mal gucken, was wir hier kriegen. Ganz mal rein. So, was haben wir denn hier? Eine weiße Blumen, rote Blumen. Ich pflanze da jetzt mal eine rote rein. Zack. Und eine weiße. Bisschen Wasser drauf. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob da dann irgendwann mal ein paar Bienchen rauskommen. Während wir warten, können wir ja mal kurz gucken, dass wir hier ein bisschen was einfüllen. Dass das Ding dann auch voll ist. Okay. Gut, also da ist jetzt erstmal nichts zu machen. Dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal eben das von der Alge da reinpfeffern. Zack. Dann kann das nämlich auch weiterlaufen. Und dann hauen wir hier erstmal die ganzen Samen rein. Die rüber, die rüber, die rüber, die rüber. Schon voll. Unglaublich. Sollte ich hier vielleicht eine große Kiste mal aufstellen. Kann ich eine basteln. Mal kurz unten an die Produktionskiste gehen. Und dann schauen wir da mal nach. Sieht sehr gut aus. Perfekt. So, dann stellen wir die einmal oben auf. Ich stelle die jetzt direkt davor. So, und dann hauen wir hier jetzt die ganzen Samen rein. Schwarze, gelbe, das haben wir soweit alles. So, ich glaube, dann haben wir alle. Halt, hier unten ist noch eine drin. Die Kiste nehme ich dann wieder auf. Und jetzt gucken wir mal. Ich stelle es, man kann ja alles jederzeit wieder umstellen. Ich muss halt jetzt erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was ich überhaupt tun muss. Und wie das überhaupt alles so funktioniert. Deswegen stellen wir das jetzt mal hier auf. Benötigt Rohkost. Mit Rohkost würde ich vermuten, sind solche Sachen hier gemeint. Und vielleicht auch noch Honig natürlich. Rübe platzieren. Ah, und da kommt Honig rein. Den ich aus irgendwelchen Gründen nicht reinmachen kann. Habe ich noch nicht verstanden, was da genau los ist. Entschuldigt, da hat er vergessen, sein Handy auszumachen. Ist jetzt aber erledigt. Gut, also Honig. Ist das denn wirklich Honig? Ach, das ist eine Honigwabe. Kann zur Herstellung von Honiggläsern verwendet werden. Und wie funktioniert das dann bitte? Habe ich hier irgendwo Honiggläser? Ah, hier. Okay, da brauchen wir Glas für. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen was. Jawohl. So, jetzt haben wir sechs Honig. Und den kann ich platzieren. Jetzt habe ich nicht geguckt. Ich glaube, es waren zwei. Und der braucht noch mehr Rohkost. Ah, okay. Das heißt, ich kann da erstmal alles an Obst und Gemüse reinpfeffern, was wir so übrig haben gerade. Erstmal so. Tja, was jetzt natürlich nicht allzu viel ist, schreien genommen. Ist egal. Ich haue da jetzt diese drei Melonen rein. Müssen wir immer noch was reinkommen. Dann machen wir nochmal eine Melone. Und noch eine Melone. Jetzt ist er voll. So, und jetzt tröpfelt der Kram nach unten raus. So, und dann stellen wir jetzt mal den Tank daneben. Benötigt Biokraftstoff. So, und dann haben wir doch noch das Rezept bekommen für die Rohre. Dann lasst uns doch mal gucken, was wir da machen können. Wo sind sie denn? Da, Treibstoffrohr. Braucht Schrott. Oha. Hier ist Gott sei Dank noch ein bisschen was. Und zwei Stück haben wir erstmal bekommen. Mal gucken, wie das funktioniert hier. Okay, also das kann ich einfach da anbringen. Ach, das scheint dann pro Fundament zu gelten, oder was? Aber wie stieße ich denn hier dann das Rohr an? Ach, warte mal. Oder muss ich den Biokraftstoff hier einfüllen? Guck mal, da oben ist nämlich der Trichter. Okay, das ergibt Sinn. Kriege ich das zurück? Voll. Okay, lassen wir das mal ein bisschen laufen. Guck mal, da vorne ist auch gleich noch eine große Insel. So, dann tauchen wir einmal. Dann schlafen wir einmal. Dann machen wir kurz einmal die Taschen leer. Und auch direkt nochmal voll. So, das nehme ich wieder raus. Das nehme ich wieder raus. Die Planken können rein. Und den Rest kann ich dann hier reinsortieren. Mangosamen müssen nochmal nach oben. Und die ganzen Blumen packe ich auch mal oben in die Samenkiste jetzt erstmal rein. Ich muss mir hier noch was einfallen lassen. Das mit der Leiter ist eine schöne Sache. Aber auch nicht so schön. So, da packen wir das alles rein. Die ganzen Blümchen. Dann können wir hier nochmal Labber nachlegen. Der Vogel war bis jetzt noch nicht da dran. Das ist schon mal schön. Aber ich sehe auch immer noch keine Bienen. Warten wir mal ab. Vielleicht muss man die auch gar nicht sehen. Vielleicht kommt das auch so. Und wie kriege ich das Zeug hier raus? Muss ich das auch irgendwie? Keine Ahnung. So viele Fragen und keine Antworten. Ananas haben wir aktuell gar keine. Rüben haben wir auch keine. Das kann nach unten. Das kann nach unten. Die Kiste stelle ich mal eben da hin. Und dann packen wir hier das Zeug rein, wo wir gerade mit am Gang sind. Ach siehste, ich wollte das Gummizeug eigentlich oben gelassen haben. Machete hätte ich gerne. Da wollen wir nämlich den Hai gleich noch mitprobieren. Genau so war das. Dann gehen wir nochmal an die Ausrüstungskiste. und holen uns hier mal raus das und das. Das ist jetzt nicht mehr so super viel, was wir da haben. Aber ist wurscht. Hauptsache, wir kommen erst mal klar. Die Federn haben hier auch nichts drin verloren. Ich auch hier rüber packen. Und dann schmeißen wir noch den Hammer raus. Das Sehtankzeug nach oben. und dann kümmern wir uns um den Hai. Guck mal her, wo bist du? Da hinten. Also es geht. Zu früh. Ich muss, nee, zu spät. Ich muss noch früher schlagen, damit das funzt. Wieder viel zu spät. Okay, also das dauert ewig, bis er das Ding rausgehauen hat. Aber wir bleiben mal dran. Okay, also das ist tatsächlich nichts mit der Machete. Das heißt, für den Hai brauchen wir auf jeden Fall Speere. Hier schon mal ein bisschen was einsammeln in der Zeit. Darauf warten, dass der hier wieder in die Gänge kommt. Da haben wir ihn. Perfekt. So, dann geht es hier unten direkt los mit ein bisschen Eisen. Und dann gehen wir direkt wieder hoch. Ich würde sagen, die Insel hier räumen wir mal komplett leer. Wir brauchen nämlich jetzt auch Sand. Damit wir mehr Glas herstellen können. Vermute ich mal für den Honigkram. Steine müsste ich eigentlich noch genug haben. Die würde ich jetzt mal auslassen. Ach so, das war ein Stein. Ja, herrlich. Ton nehmen wir mal mit. Warum packe ich mir eigentlich die Flasche nicht rein? Und die Schwimmflossen nicht rein? Wenn wir es haben, können wir es doch auch benutzen. Kupfer nehmen wir mal mit. Was haben wir denn hier noch Schickes? Ach, Hunger hat er. Okay, Sekunde. So, ich hatte doch hier so viel von dem Zeug noch, was ich direkt weg schnabulieren kann. So, da das alles relativ nah am Bloß ist, machen wir jetzt einfach weiter. Und wenn die Werte das nächste Mal im Keller sind, hüpfen wir nochmal zurück. So, hier haben wir, glaube ich, alles. Sind auch wieder nur Steine und so. So, guck mal. Ziehen wir einmal ganz rum. Na guck, dachte ich mir doch, dass hier noch irgendwo was ist. Da ist auch nichts weiter. So, dann nehmen wir alles mit. Oh, da ist eine schöne Kiste. Das noch. Ja, guck, wir sind ja zügig unterwegs hier. Haben wir ja fast alles schon eingepackt. Habe ich hier oben schon geguckt. Das ist nur Steinzeug. Hier war die Kiste. Na, hier war ich eben. Hier ist auch alles gut. Da ist nochmal Eisen. Schrott, Kupfer und Sand und Ton. Alles in einer Ecke. Nehme ich. Ja, guck mal, das geht doch zügig. Wenn wir jetzt hier tatsächlich mit Taucherflasche und so Schwimmflossen, werden wahrscheinlich gleich irgendwann kaputt gehen, wenn sie es nicht schon sind. Aber ist wurscht. Hauptsache, wir haben erstmal hier ein bisschen was in der Tasche. Kupfer. So, habe ich auf jeden Fall wieder einiges zu tun. Und ich glaube, wir sind durch. Jo, das war's. Oh, noch nicht ganz. Jetzt war's. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Wie sieht es jetzt hier oben aus? Den Vogel hatte ich vorhin gehört. Er scheint aber nicht an die Blumen gegangen zu sein. Aber ich sehe hier bienentechnisch immer noch nicht. Sind die schon fertig? Ja, sind sie. So, also warum passiert hier nichts? Was übersehe ich? Was muss ich tun, damit das hier besser funktioniert? Ähm, lasst mich mal überlegen. Brauche ich vielleicht so ein Bienenglas? Da hatte ich doch hier auch irgendwo welche. Wo habe ich die hingeschmissen? Hier. So, das rüber. Den Rest behalten wir erstmal. Und ich wollte jetzt gucken. Irgendwas muss man hier doch machen können. Geht nix. Gar nichts. Biene liebt Blumen. Hm, verstehe ich nicht. Also, wenn ihr wisst, was ich hier tun muss, dürft ihr das gerne in die Kommis mal reinschreiben. Biokraftstoff aufnehmen, Biokraftstoff platzieren. Und er rödelt weiter. Perfekt. So, Seetang. Sand kann hier oben rein. Ton würde ich jetzt erstmal noch behalten wollen. Ähm. Und ich glaube, wir machen jetzt erstmal hier mit Barren weiter. Beim Einschmelzen, dass das dann auch schon mal passt. Brauche ich mehr Blumen? Ist das das falsche Beet? Es gibt ja noch ein anderes Beet. Das wäre auch nochmal was zum Testen. Sieht man überhaupt Blumen? Äh, Bienen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Lässt dich Pflanzen züchten. machen also die roten haben wir ja vielleicht mögen die auch nur bestimmte blumen wer weiß das schon wasser habe ich vergessen mitzunehmen okay jetzt muss ich mal eben was testen wenn ich jetzt das hier hochhebe hauen sie wieder ab die jungs alles klar jetzt habe ich natürlich ein paar samen verschwendet ist jetzt die frage lasse ich die pass auf wir machen das machen das da werden wir wahrscheinlich ein paar mehr von brauchen würde ich das jetzt so machen dass ich das bienenhäuschen hierhin stellen das b direkt davor so holen wir uns noch mal drei samen ach der haut mir hier an meinem dings rum an meiner vogelscheuche das ist ja frech so aber guck mal bienen technisch läuft okay benötigt schon wieder rohkost alles klar so langsam fängt das alles an sind zu ergeben glaube ich zumindest irgendwo hatte ich meinen honig reingepfeffert er macht das ganze ding kaputt das läuft noch so die brauche ich hier dann nicht mehr ähm bienenhäuser ähm bienenhäuser boah das ding braucht eine ganze menge planken und eine ganze menge bienen stelle ich gerade so fest und scheinbar auch eine ganze menge honig wobei ich den anderen honig jetzt rein geballert hier rein da habe ich ihn gepackt alles klar so mit den rohren das funktioniert tatsächlich jetzt nur die frage wie so geht das alles klar und trink dich mal voll so und eigentlich brauchen wir hier auch nicht mehr an anker bleiben können wir zumindest schon mal ein paar materialien einsacken so dann lasst uns mal das nächste bienenhaus aufstellen okay das reicht sogar so gut okay das ding fühlt sich ja auch relativ zügig dann lasst uns noch mal eben runter gehen einmal gucken wir brauchen noch flanken bett wollte ich nicht ich wollte mehr roh aber jetzt die große frage wenn ich jetzt woher weiß ich denn welches fundament das jetzt hier ist so schon mal nicht ach so weil da jetzt auch genau die wiese steht noch versuchen das mal so tatsächlich nicht so einfach und er hat schon wieder hunger so heute das mein kopf gibt man da ein bisschen ruhe okay alles klar also das müssen wir auch noch machen das war den spaß hier überdachen okay da haben wir gut was vor uns wir drehen uns mal einmal richtung strom so dass wir mehr sachen einpacken ja noch nicht ganz so und das ist der grund warum ich diese möwen hasse ne die gehen hier permanent bei und gehen mir auf den zunder jetzt will er honig haben also immer zwei stück damit er voll ist alles klar die frage wenn ich das ding jetzt umsetze ist der biotreibstoff der da drin ist wahrscheinlich weg machen wir mal einmal so und gucken mal ob ich da von unten irgendwas gemanagt bekommen nochmal gucken also hier geht das rohr lang durchs fundament kann man scheinbar nicht schieben was auch dann machen wir das nochmal anders jetzt ging es und ich denke mal durchs fenster krieg ist jetzt auch nicht durch oh das war gewagt sollte vielleicht erst mal noch mal den bauhammer holen und hier nochmal eine strebe rein ziehen danke auch an der stelle für die kommis übrigens ich weiß die baufolge ist jetzt schon ein paar tage her die ich so versaut habe aber ja die r taste hätte es getan oder wie heißt es so schön so dann sind wir hier auf der sicheren seite die räumen wir mal weg verschwenden wir jetzt einen anderen sammen aber das ist mir ehrlich gesagt egal so jetzt brauchen wir noch ein rohr kriegen wir noch eins hin ich mir immer merken könnte wo sie sind jawohl eins geht noch so das haben wir okay da muss ich mir noch was überlegen grad kann ich da jetzt vielleicht einfach nochmal so ein deckel rein zimmern ne mach da nicht das heißt da muss ich jetzt wirklich irgendwas drumrum bauen dass ich da nicht immer rein plumpst gab es hier nicht auch irgendwie mal zäune oder sowas hier fehlen seile ja ok alles klar ähm so dann ziehen wir hier nochmal ein paar wände durch warum hat er das jetzt gedreht kann mir das einer erklären blätter fehlen naja gut wenn es weiter nichts ist nehmen wir die auch noch mit na guck mal wir kommen sogar näher ans ziel auch wenn das aktuell noch nicht auf der tagesordnung steht so und dann konnte man doch auch eine tür da rein bauen oder die habe ich jetzt wieder falsch rum gebaut einmal für helden so tür öffnen ich brauche mehr planken also ultra viele hat er nicht mehr ne so nehmen wir halt die hier bin da ja stressfrei wasser schon wieder leer ach komm schon so jetzt sollten wir die blumen die blumen sage ich schon die äh ähm wie ich ja aber nicht mehr auf den zunder gehen hier eine honigwabe noch eine honigwabe tür zu lass mal wachsen den spaß ich glaube damit bin ich zufrieden muss ich ganz ehrlich sagen das erfüllt seine aufgabe jetzt ist das ding hier voll mit sprit passt ich weiß halt nicht wie viel ich insgesamt nachher von dem ganzen kram überhaupt brauche damit das wirklich vernünftig läuft aber für den moment bin ich glaube ich erstmal zufrieden so die beiden stelle ich jetzt dahin und dann hole ich mir nochmal Samen ich glaube ich würde aber ausschließlich Melonen dafür anbauen wollen so und jetzt habe ich auch endlich noch eine Verwendung für die kleine Kiste bekommen dann kann ich nämlich hier unten meine Melonensamen reinballern so perfekt Leute das sieht doch echt gut aus mittlerweile wir kommen voran so haben wir hier die Samenkiste stopfen wir das alles rein dann haben wir hier schon wieder den Eisenbarren fertig dann stopfen wir hier alles rein paar Planken habe ich hier sogar noch liegen guck mal an und dann kann ich hier erstmal meine Rohkost wieder auffüllen ich habe natürlich keine Ahnung ob das was ich hier habe ausreicht aber ich sage mal so der Tank ist voll fast das geht schon und die laufen halt auch perfekt das einzige was uns jetzt noch fehlt ist nun ein Hühnchen fehlt noch so dann nehmen wir die beiden mal mit perfekt so dann würde ich jetzt sagen wie weit sind wir denn jetzt noch weg wir sind noch 1200 Meter weg ähm dann werde ich jetzt mal Kurs nehmen auf die Wohnwagen Insel sehr schön Motor schmeißen wir an und dann holen wir jetzt gemeinsam noch das Floß und danach werde ich dann einfach offscreen ans Ziel dackeln dann guck mal da ist noch ein Rohr ach guck mal ach das Ding kann ich eigentlich ausmachen und die Antenne die kann ich doch auch nochmal irgendwo anders räumen oder vielleicht dazwischen geht das dann noch jawohl so das Floß machen wir aber bei voller Fahrt da werde ich jetzt nicht für anhalten wäre noch eine kleine Insel aber die bringt uns jetzt auch grad nix so ähm dann kann ich hier vielleicht noch schnell dieses Zaun und Dings fertig bauen wenn ich genug Planken hätte könnte ich das boah ich muss bis nach ganz oben hüpfen pass auf alle hopp alle hopp da lang bitte kurz warten bis das Floß abgesoffen ist in der Zeit wieder nicht genug Planken bekommen hier habe ich aber noch welche so dann kann ich da nämlich auch nicht mehr reinfallen direkt durch die Insel kann ich eh nicht durch müsste ich aber ne ne muss ich nicht so perfekt wir sind ausgerichtet 1000 Meter ich würde sagen wir machen für heute Feierabend ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen würde mich wirklich sehr freuen wenn ihr mir ein Abo und ein Like da lassen würdet und dann würde ich sagen sehen wir uns hier zur nächsten Folge wahrscheinlich auch der Caravan Insel ne Caravan Town heißt es auf Caravan Town wieder machts gut bis dahin tschüss tschüss tschüss